Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute spielen wir Omsi und zwar in Berlin. Wir fahren zwar mit einem Hochbahnbus von Hamburg, aber ja mit dem kenne ich mich eigentlich sehr gut aus, deswegen habe ich den einfach genommen. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal ein Stück vor und laden die Leute hier ein. So, kommen sie rein. Bitte nicht drängeln, es ist genug Platz. Na gut, es ist ein kleiner Solo-Bus, aber... Ja, ich glaube das sollte vielleicht ein bisschen reichen, obwohl wir eigentlich einen Gelenkbus brauchen für die Menge. Und ich würde sagen, wir fahren los. So. Bitte Ampel, werde grün. So. 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 Fahren wir einmal hier rum. Also ich glaube von der Zeit her, also der Bus hier ist eigentlich schon ein sehr, sehr neuer Bus. Ähm, von der Zeit hier, von den Autos und so, sind wir glaube ich ein bisschen falsch, weil es ist ein bisschen ein sehr, sehr neuer Bus. Wir haben zwar ein bisschen Verspätung, aber das soll nicht so schlimm sein. So. So fahren wir direkt weiter.. Wir fahren jetzt einfach mal über Roles komme. Es kommt ja eh keiner, weil wir brauchen einfach hier ein bisschen Zeit einholen. Wow, sehr weit weg. So, kommen sie rein. Gut. Ja, die Zeit holen wir schon wieder ein. Und da wird auch schon an der nächsten Haltestelle schon jemand raus. Die ist da hinten. So, kommen sie alle rein. Dann geht es um die Sekunde zu kurz auf und weiter. Und da wird es um die Sekunde. Und dann wird es um die Sekunde. Und dann wird es um die Sekunde. So, dann kommt mal bitte alle rein und wieder raus, da sind ja alle draußen, gut. So, dann kommt mal bitte alle rein. So, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Gas, dass wir die Zeit auch wieder einholen. So, bisschen auf die Eisen gegangen, aber am Ende sind wir ja doch noch gehalten, haben wir ja doch noch gehalten. So dunkel, warte mal, wie macht man denn nochmal das Licht an, wie ging denn das nochmal? Ah, oder? So, sind dann, ja. So, fahren wir mal hier rum und nehmen wir die Leute noch mit. Steigen auch noch welche aus? Ähm, es tut mir leid, dass es ein bisschen, ja, lag, ein bisschen, also ein bisschen nicht so flüssig ist. Ähm, das liegt einfach daran, dass halt erstmal viel halt geladen werden muss. Und das mit dem PC, also das interessiert echt, um sie interessiert es einfach nicht. Ob du einen guten PC hast, mit Intel und alles drin, ähm, das interessiert um sie nicht. Also schon ein bisschen, aber so stark nun auch nicht. Ist halt ein altes Spiel. 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 Aber bestimmt für die damaligen Zeiten war das Spiel echt nicht schlecht. Ist natürlich heute noch, ähm, richtig gut. Es spielen ja auch noch viele. Und dann fahren wir weiter. Das habt ihr nicht gesehen. Es war noch gelb. Und dann sprang es einfach auf rot. Aber das habt ihr nicht gesehen. Oder gehört. Also wenn wir ein bisschen zu früh sind, ähm, ist das echt gut. Weil da haben wir jetzt echt die Zeit wieder reingeholt. Weil zu früh ist besser als zu spät. Jetzt sind wir am Rathaus. Wir wollen bestimmt welche raus. Schade, dass man die hintere Tür nicht so bedienen kann. Per Tasten. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da war gerade raus. Kurz mal ein bisschen abbremsen. So. Kommen sie rein. Und wieder raus. Ich fahre einfach mal weiter. Anscheinend ist es richtig. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein bisschen eine Vollbremsung, aber es geht Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen, aber es geht Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen, aber es war noch gelb Machen das auf Und sie verschwinden einfach, die Menschen Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen, aber es geht Ich mache das Ganze hier auf Gehen wir Leute raus und wieder rein Und wir fahren weiter Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen, aber es geht Merzingerstraße, da will nur jemand raus Ich habe die Bushaltestelle einfach zu spät gesehen, aber es geht Bremse auf in den Bus Frau nur ein Stück zurück Wollte gerade sagen Machen wir es einfach mal in der Außenperspektive Schaut mal da vorne sogar ein Trapi Warte mal Okay wir müssen da landen Dann farmen wir hier mal lang Ich weiß nicht mal falsch Ne sind richtig Ne wir sind falsch Warte mach das bitte nicht nach was ich gerade mache Wir haben gerade mega die Verspätung aber Versuchen wir mal die wieder einzuholen Wo muss ich denn lang Ich fahre jetzt hier vorne wieder auf die Hauptstraße Ich fahre hier einfach weiter Ja jetzt äh Jetzt geht die Verspätung wieder runter Ja wir müssen einmal kurz über rot Weil wir sind viel zu spät dran Kommen sie rein Ganz schnell bitte Ich fahre jetzt Ich fahre jetzt Ich fahre jetzt Ich fahre jetzt Komm da das mal echt schnell raus Hier ist ein Dann paar nur werden Dann 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 Wir müssen ein bisschen die Verspätung wieder aufholen. Wir müssen ein bisschen die Verspätung wieder aufholen. Und hier jetzt da rein. Wir müssen ein bisschen die Verspätung. Ein bisschen direkt weiter. Okay. 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 Nowhere. Okay. 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 Jetzt sind wir am Glühwürmchen weg. Und bald haben wir die Verspätung weg. Und jetzt sind 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 wir die Verspätung weg. Dann drehen wir hier einmal. Und jetzt sind wir die Verspätung weg. Und jetzt sind wir die Verspätung weg. Und jetzt sind wir die Verspätung weg. Und jetzt sind wir die Verspätung weg.